Hallo zusammen, hier ist wieder Ocela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief Wingard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Stich in Herz und für diesen müssen wir Aufseher Korogus in Toll Dago auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem alle Gruppenmitglieder gleichzeitig durch das Herz Stopp Gift betäubt wurden. Das Herz Stopp Gift ist der Shit, wenn ihr euch so viel bewegt, dass ihr quasi den Stun fresst. Und wir haben hier eine tolle Taktik, die ich mir überlegt habe. Wir laufen alle die ganze Zeit und pullen, werben, laufen den Boss und müssen dementsprechend, weil wir alle gleichzeitig uns bewegen, hier seht ihr diese Leisten, gleichzeitig hochticken und haben dementsprechend auch diesen Stun alle gleichzeitig. Heißt, die ersten 3-4 Sekunden im Kampf move'n wir nur, können dann halt nichts machen und dann sind wir 5 Sekunden gestunnt, aber dann können wir den Kampf ganz normal runterspielen und ihr seht auch der erste Movement Part ist erst nach dem Stun losgegangen. Meine Taktik ging hier voll und ganz auf und somit könnt ihr das Achievement gar nicht verkacken, wenn wirklich alle hier so lang laufen, bis sie gestunt sind. Gut, wenn ihr gestunt seid, dann könnt ihr eh nicht mehr laufen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ist es hier relativ einfach und meines Erachtens auch wirklich das einfachste Achievement bei diesen ganzen Dungeon-Achievements, weil man es eigentlich nicht verkacken kann. Dann muss man halt nur noch schaffen, den Boss runterzuspielen, aber das sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein, wenn ihr an den Achievements schon dran seid für die Dungeon. Ja, das war es eigentlich auch schon für den kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich vielleicht so ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos seht oder sehen wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ja, euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao!